Musik Mir hat einmal jemand gesagt, auf das Ende kommt es an. Schon viele sind als stolze Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Das Ende ist wichtig. Die Offenbarung handelt vom Ende. Doch wir schauen zunächst an den Anfang und zwar ganz an den Anfang. Die Bibel beginnt mit den majestätischen Worten, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott schuf den Garten Eden, wo er mit den Menschen in enger Gemeinschaft lebte. Doch die Menschen fingen an Gott zu misstrauen. Meint er es wirklich gut mit uns? Und so kam es zur Trennung zwischen Gott und Mensch. Seither leben die Menschen und müssen mit den Herausforderungen des Alltags zurechtkommen. Dabei gibt es immer sehr schwere Zeiten. Die Offenbarung des Johannes handelt von solch einer schweren Zeit. Die frühen Christen wurden verfolgt vom römischen Kaiser Diokletian. Ihr Alltag war geprägt von Angst, Verfolgung, Gefängnis, ja sogar vom Tod. Die Offenbarung des Johannes spricht in apokalyptischen Bildern. Es sind Bilder, die über die Jahrhunderte hinweg immer wieder Menschen faszinieren und in ihren Bann ziehen, die unter Katastrophen leiden, unter Seuchen, unter Kriegen. Doch die Offenbarung des Johannes lenkt den Blick weiter hinaus nicht an das Ende, sondern an das Ziel des Lebens. Und von dem Ziel her bekommen wir Kraft für unseren Alltag. Der Offenbarung des Johannes heißt es in Kapitel 21 Und Gott wird mit ihnen sein Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen Und der Tod wird nicht mehr sein Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein Denn das Erste ist vergangen Und der auf dem Thron saß, sprach Siehe, ich mache alles neu Mit dieser Hoffnung konnten die Christen damals leben Und mit dieser Hoffnung können auch wir heute leben In unserem persönlichen Leben Für uns als Kirche, ja für unsere ganze Welt Martin Luther hatte so gesagt Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge Würde ich noch heute einen Apfelbaum pflanzen Das ist Hoffnung Für den Tag war national Mit dieser Hoffnung Vielen Dank.